Noch freilich guten Morgen, 50. Zillertaler Steinbockmarsch Geschichte. Was kann man dazu sagen? Wahnsinn, überwältigend. Mit so vielen Teilnehmern wie heuer hat man definitiv nicht gerechnet. Wie viel habt ihr dieses Jahr? Wir kennen es nicht genau so, aber es schaut stark noch vierstellig aus. Wow, das ist gut. Es hat alle Überwarten getroffen. Wir haben keine Startnummer mehr, kein Label mehr. Nichts mehr. Es ist alles fertig und so hat man nur noch, dass alles unverfeilig über die Bühne geht. Das Wetter spielt, glaube ich, super mit. Heute habt ihr es gebachtet. Also, was wollen wir mehr? Herzlichen Glückwunsch.